Bhagavad-Gita, Vers 3.14 Alle lebenden Körper erhalten sich durch Getreide, das nur wachsen kann, wenn Regen fällt. Regen wird durch Darbringungen von Yagya, Opfer, hervorgerufen, und Yagya wird aus vorgeschriebenen Pflichten geboren. Erklärung Srila Baladeva Vidyabhusana, ein großer Kommentator der Bhagavad-Gita, schreibt Der höchste Herr, der als Yagya-Purujaha, als der persönliche Empfänger aller Opfer bekannt ist, ist der meiste aller Halbgötter, die ihm dienen, wie die verschiedenen Teile des Körpers, dem Ganzen. Halbgötter, wie Indra, Chandra und Varuna, sind vom höchsten Herrn ernannte Verwalter, die die Geschehnisse im Universum regeln. Die Veden ordnen Opferdarbringungen zur Zufriedenstellung dieser Halbgötter an, damit sie erfreut werden und für genügend Luft, Licht und Wasser sorgen, sodass Getreide wachsen kann. Wenn Sri Krishna verehrt wird, werden automatisch auch die Halbgötter verehrt, die verschiedene Glieder des Herrn sind. Daher ist es nicht notwendig, die Halbgötter gesondert vom Herrn zu verehren. Aus diesem Grunde opfern die Gottgeweihten, die im Krishna-Bewusstsein sind, ihre Nahrung errscht Krishna und nehmen dann die Überreste zu sich. Durch diesen Vorgang wird der Körper spirituell ernährt. Auf diese Weise werden nicht nur alle vergangenen sündhaften Reaktionen innerhalb des Körpers vernichtet, sondern der Körper wird auch vor allen Verunreinigungen der materiellen Natur geschützt. Wenn eine gefährliche ansteckende Krankheit um sich greift, kann man durch einen antiseptischen Impfstoff vor dem Angriff einer solchen Epidemie geschützt werden. In ähnlicher Weise machen uns die Speisen, die zuerst Vishnu geopfert und dann von uns gegessen werden, gegen alle materiellen Einwirkungen immun. Und wer sich diese Handlungsweise zu eigen gemacht hat, wird als Gottgeweihter bezeichnet. Deshalb kann ein Mensch im Krishna-Bewusstsein, der nur Nahrung isst, die Krishna geopfert wurde, allen Reaktionen auf vergangene materiellen Ansteckungen entgegenwirken, die Hindernisse auf dem Pfad der Selbstwirklichung sind. Ein Mensch hingegen, der sein Essen nicht opfert, vergrößert weiterhin die Anzahl seiner sündigen Handlungen und dies bereitet seinen nächsten Körper vor, der vielleicht dem eines Hundes oder Schweines ähnlich wird, sodass er die Reaktionen auf seine sündigen Handlungen erleiden kann. Die materielle Welt ist voller Unreinheiten, doch wer geschützt ist, da er nur Prasadam, zu Vishnu geopferte Speise ist, wird vor diesen Angriffen bewahrt, wohingegen einer, der kein Prasadam zu sich nimmt, der vor Unreinigung ausgesetzt ist. Getreide und Gemüse sind die grundlegenden Nahrungsmitteln. Der Mensch isst verschiedene Arten von Getreide, Gemüse, Früchten und so weiter. Und die Tiere fressen das, was ihnen an Getreide, Gemüse, Gräsern, Pflanzen und so weiter übrig gelassen wird. Menschen, die gewohnt sind, Fleisch zu essen, hängen letztlich ebenfalls von der Pflanzenwelt ab, um Tiere essen zu können. Daher sind wir letzten Endes auf das angewiesen, was auf den Feldern wächst und nicht auf das, was in unseren großen Fabriken produziert wird. Die Ernte auf den Feldern wiederum hängt von ausreichendem Regen ab und dieser Regen wird von Halbgöttern wie Indra, von der Sonne und vom Mond und so weiter kontrolliert, die alle Diener des Herrn sind. Der Herr kann durch Opfer zufriedengestellt werden. Deshalb wird ein Mensch, der ihm nichts darbringt, Mangel leiden. Das ist das Gesetz der Natur. Deshalb müssen Yagyas ganz besonders der für dieses Zeitalter empfohlene Sankirtan-Yagya ausgeführt werden, um uns zumindest vor einer Knappheit an Nahrungsmitteln zu bewahren.